Agent Darwin, Statusreport. Sie waren ein Elite-Team. Rüber zum Haus! Bekannt als G-Force. Doch nun braucht die Regierung sie nicht mehr. Jetzt finden sich die FBI-Tieragenten in ihrer natürlichen Umgebung wieder. Wo ist hier die Toilette? Wenn du mich fragst, da wo du gerade stehst. Wie eklig. Verzeihung. Geh bloß nicht über diese Linie. Wir haben ausgemacht, das ist meine Zone, stimmt's? Bucky, die Mäuse stimmen immer allem zu. Ihr seid alle bekloppt, stimmt's? Jetzt steppt das Meerschwein. Es ist nicht leicht, die Weltmacht zu übernehmen. Wir müssen hier irgendwie raus. Denn es wird eine neue Art von Helden geben. In Disney Digital 3D. Darwin. Es funktioniert nicht. James Bond hatte diese Probleme nie. Blaster. Das wird jetzt der Hammer. Ich bin ziemlich sicher, das ist Tierquälerei. Aber ich steh drauf. Juarez. Ich mach dir Schleifchen ins Haar. Wenn du versuchst, mir ein Schleifchen ins Haar zu machen, isst der Finger ab. Hurling. Hey, was ist das? Das ist mein kleiner Freund. Sag Hallo. Mein Magen verträgt diese Action-Abenteuer nicht. Ist das widerlich. Mach das Fenster runter. Die Dinger haben keine Fenster. GeForce. Agenten mit Biss. In Disney Digital 3D. Blaster, tu doch irgendwas. Und was schlägst du bitte vor? Putin an! Putin an! Blaster, du doch, du doch, du doch!